Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu Ihrem Wetter vor Acht. Und ich habe ein Bild mitgebracht, das hat Cornelia Montanus aufgenommen. Und zwar der Schwarzenbörner Teich, der befindet sich in Hessen. Und wenn wir im Schwalm-Eder-Kreis genau genommen und wenn wir da drauf gucken, dann hat man hier so einen richtig winterlich zugefrorenen Eindruck. Und wenn Sie jetzt das Gefühl haben, hey, Schlittschuh raus, drauf auf den Teich, sein lassen, höchst gefährlich. Man ist sofort im Wasser, also dieses Eis hält niemanden aus, sieht aber eben vorübergehend mal richtig schön aus. Jetzt haben wir es aber mit den hohen Temperaturen zu tun. Es gab WLA, wir Meteorologen sagen dann übersetzt Warmluft-Advektion, also Warmluft ist angekommen. Alles blieb trüb, außer der äußerste Südwesten Deutschlands. Da gab es viel Sonnenschein bis rüber zum Bodensee. Jetzt gucken wir mal Temperaturanstiege an. Schauen Sie mal hier, zum Beispiel in Perleberg, gestern 3,9, heute über 10 Grad. Ähnliches Geschehen gab es hier auch auf dem Schau ins Land, also auch in der Höhe, ist deutlich mildere Luft angekommen. Nachdem Kassel ebenfalls Temperaturanstieg. Warme Luft ist da, wird auch ein bisschen bleiben, wie es Weihnachten ausschaut, das zeige ich Ihnen in den nächsten Tagen. Jetzt gucken wir auf die Isobaren-Karte und hier sehen Sie ein Tief über Skandinavien und das ist eine Kaltfront. Und die schleift hier so ein bisschen durch den Norden und die Mitte und genau da müssen wir hingucken, weil es da ab und zu mal regnet. Es ist aber frostfrei, also Glätte ist kein Thema in der Nordhälfte, wo es regnen kann. Da wird es in der Nacht passieren. Nach Süden sieht es anders aus. Teilweise gibt es dann wieder dichten Nebel. Es ist Reifglätte möglich. Wenn es mal ein bisschen auslockert in Richtung Altentäler, geht es sogar mal runter auf minus 1 bis minus 5 Grad. Für die meisten sind es aber 2 bis 7 Grad plus. Sie sehen es im Norden erleben die meisten eben 7 morgen früh. Morgen der Vormittag, die Front kommt langsam in die Mitte voran. Nach Süden einige Aufhellungen Richtung Hochrhein wieder. Am Nachmittag hier ein bisschen Sonne, auch im Südschwarzwald, im Hotzenwald. In der Mitte hängt dann diese Front, meist nördlich der Mittelgebirge, auch an Erz- und Fichtelgebirge. Ganz im Norden reißt es auf. Die Temperaturen für die meisten 5 bis 10 im südöstlichen Bayern 2 Grad. Das Ganze bei westlichem Wind. Die Aussichten ganz kurz. Es bleibt wechselhaft und mild und in den Nächten meist frostfrei. Ihnen einen schönen Abend. Bis dahin und tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020